Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, Ritchie. Nach einer längeren Pause, für die ich mich entschuldige und für die es verschiedene Gründe gab, will ich heute erneut auf meinem Videokanal mit meinen kleinen und großen Abenteuern durchstarten. Mein Frauchen hilft mir natürlich dabei. Da wir nun endlich wieder eine Kamera haben, was einer der Gründe für meine Zwangspause war, freue ich mich, endlich wieder loszulegen und euch mit meinen Spielen, Abenteuern, Erkundungstouren und Reisen zu erfreuen. Übrigens, in der Zwischenzeit habe ich auch einen Blog eröffnet, auf dem ihr noch viel mehr über mich erfahren könnt und den ich unter diesem Video verlinke. Schaut doch gleich mal rein. Schaut doch gleich mal rein. Wie? Musik Und